So, aber kommen wir denn jetzt zu dem spannenden Punkt, wo die Promis tatsächlich noch am Montag einziehen und welche wir jetzt ultimativ verkünden. Absolut, denn wir haben jetzt noch zwei neue Namen. Und ich sage mal so, wir sitzen in einem Ambiente, und noch kann er uns nicht hören, aber gleich, deshalb können wir es noch sagen. Wir sitzen in einem Ambiente, das uns sehr an den allerersten Container von Big Brother im Jahr 2000 erinnert. Und wir haben ja auch schon in unseren Trailern gesehen, wir haben Großer Bruder als Neuauflage, als Titelsong in diesem Jahr. Und da fehlt doch jetzt noch irgendwas, also um es komplett zu machen. Und ich würde sagen, das ist die Stelle, an der wir jetzt ins Hotel schalten. Und ab jetzt darf er uns auch hören, denn hier ist unser Bewohner Nummer 12. Und es ist ein Briefumschlag. Nein, es ist kein Briefumschlag. Und dahinter versteckt sich. Es ist die Idee, ich kenne dich. Das ist der Jürgen. Jürgen Milski. Das ist der Jürgen, Jürgen Milski. Zeig dich. Jürgen Milski. Hallo. Das ist ja wie beim Masked Singer hier, Jürgen. Ach, Mann, ey. Kann man mich nur an meiner Stirn erkennen? Wer hat das denn so schnell geraten? Ja, du. Ihr wusstet das ja. Doch, also diese Mäcki-Frisur, die kenne ich. Nein, jetzt bin ich sauer. Mann, oh. Aber du kommst jetzt schon noch, Jürgen, oder? Ja, aber nur zum Danke sagen. Sehr gut. Ich komme nur zum Danke sagen vorbei. Also, ihr habt mich ja eingeladen und für mich ist das so eine große Ehre. Und seit 23 Jahren bin ich jetzt in diesem wundervollen Business und daran ist Big Brother schuld. Und ich komme einfach mal vorbei und sage Danke, Big Brother, dass ich damals an der ersten Big Brother Staffel teilnehmen durfte. Also, dann hat man dich falsch geraten. Aber vielleicht bleibe ich auch doch zwei Tage und wenn es mir gefällt sogar drei Tage. Also, Jürgen, stopp. Moment, Moment, da hast du falsche Informationen. Du kommst hier rein und dann wird die Tür abgeschlossen, mein Lieber. So schnell kommt hier keiner wieder raus. Ja, nein, 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 nein. Ist ja meine freie Entscheidung, ja? Und wenn ich sage, der Papa will nach Hause, dann geht er nach Hause, ne? Komm, Slatko hat uns vor ein paar Jahren schon enttäuscht. Insofern darfst du da jetzt nicht nachziehen. Du musst dieses Mal schon ein bisschen liefern. Jochen, du kennst mich doch relativ gut. Glaubst du, dass ich nach ein oder zwei oder drei Tagen freiwillig gehe? Nein, ich habe aber auch gehört, dass dir das schon noch nachhängt, diese Big Brother Zeit und dass du dich eigentlich gar nicht so gern einsperren lässt. Ist das richtig? Boah, ich bin der freiheitsliebendste Mensch, den es auf diesem Planeten gibt. Und damals im Haus, wo wir diesen großen Garten hatten und ich habe damals in total beengten Verhältnissen gelebt und habe keinen Garten gehabt. Aber das war so mein Tor in die Welt raus, wenn ich in diesen Garten treten konnte. Und ich glaube, das wird mir diesmal bei Promi BB ganz viel zu schaffen machen, wenn man mich in irgendeinem armen Bereich, arm ist mir scheißegal, ich komme aus ärmlichen Verhältnissen, aber wenn ich kein Tageslicht sehe und nicht rausgehen kann, ich bin so ein freiheitsliebender Mensch, das macht mir, glaube ich, schon zu schaffen. Jürgen, da können wir dir ja verraten, dass es einen wahnsinnig schönen Außenbereich gibt mit Palmen, mit Liegeflächen. Im reichen Bereich. Wunderschön, du wirst es hier so schön haben. Aber Jürgen, du hast es gerade gesagt, wir haben ja in diesem Jahr auch unsere Wildcard dabei, die war gerade eben vor uns hier kurz zum Gespräch zugeschaltet, die jetzt Reality-Neuling ist. Du hast Reality 2000 erfunden eigentlich, ja? Das kannte man so in der Form mit Big Brother damals noch nicht. Aber du warst die Big Brother-Ikona. Wenn ich es erfunden hätte. Ja. Würdest du jetzt trotzdem mal reingehen. Wenn ich es erfunden hätte. Auf jeden Fall. Also ich mache das ja nicht aus finanziellen Gründen oder sonst irgendwas, ja? Ich bin ein sehr dankbarer Mensch und ich möchte jetzt einfach mal kommen und Danke sagen. Punkt aus. Deswegen habe ich auch gerade gesagt. Ich würde gerne... Also deswegen habe ich auch... Ja. Nee, sag du. Bitte. Nee. Ich würde es gerne einfach nochmal erklären, weil ganz viele bei Join, glaube ich, jetzt zugucken, die jünger sind und die sich gar nicht erinnern können, wie das damals 2000 war. 2000 war die erste Big Brother-Staffel. Und überall auf der Welt wurde über dieses Phänomen geschrieben. Also in jeder Zeitung, wochenlang, darf man sowas machen. Weil ich kriege Gänsehaut. Mal leben, ich kriege Gänsehaut, wenn du das erzählst. Das war wirklich unbeschreiblich. Und jeder hat darüber gesprochen. Man dachte wirklich, es ist der Untergang der Gesellschaften, es ist der Untergang der Fernsehbranche. Und daraus entstand einfach ein Genre, was die Menschen lieben, was auch ganz viel Potenzial hat und bis heute ein Knüller ist. Und Jürgen, damals gab es ja auch noch... Also es waren ja keine Häuser, das waren ja Container damals. Im Jahr 2000. Da hattet ihr ja nichts. Ja, aber das Interessante ist, damals hat uns gesagt, sagt nicht Container, sondern sagt Big Brother House. Und das Interessante ist, jetzt sagst du, das war ein Container. Was dürfen wir denn jetzt sagen? Naja, es waren gefühlt immer Container, obwohl es Häuser waren. Aber von daher, das war damals, das war im Jahr 2000. Mal gucken, was sich dieses Jahr erwarten wird. Ja, in den letzten Jahren gab es ja immer ganz, ganz tolle Welten. Ich bin gespannt, in welche Welt du diesmal katapultiert wirst, lieber Jürgen. Und du hast ja auch Geburtstag im Haus dann. Also das darf man ja nicht vergessen. Du wirst ja ein Jubiläum, einen runden Geburtstag. Sei ruhig! Ich sag nicht die Zahl. Ich sag nicht 40, Jürgen. Ich werde es nicht aussprechen. Ja, 40 geboren vielleicht, ne? 1940 geboren. Ich habe zwei Tage vor dir Geburtstag, Jürgen. Ich wünsche mir von dir ein schönes Geburtstagslied. Oh, das, das. Oder? Du singst doch. Das würde ich auf jeden Fall von mir bekommen. Das wäre schön. Sehr, sehr gerne. Wenn ihr das möchtet, singe ich sehr gerne. Und dann ist dieser Song ganz alleine nur für dich und Millionen von Zuschauern. Aber ganz besonders für dich. Jürgen, wir freuen uns sehr. Morgen geht es für dich los, ab 18 Uhr im Livestream, 24 Stunden bei Join Plus. Und dann sehen wir dich in Sat.1 ab Montag. Also genieß die Zeit nochmal im Hotel. Und wir freuen uns auf Big Brother Reloaded mit der Legende Jürgen Milski hier bei Promi Big Brother. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ja, dann bis Montag, ja? Fühl dich gedrückt. Tschüss, Jürgen. Freuen uns auf dich. Tschüss. 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 Vielen Dank.